Die, die hier mit Friedenskaumen rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich an den Friedsteil war das Wort reden. Und die, die hier mit Friedenskaumen rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel. Die, die hier mit Friedenskaumen rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen.